Die Kosten eines außergerichtlichen Schuldenvergleichs, wie hoch sind sie und woraus setzen sie sich zusammen? Schönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen beim Video-Channel der Kraus-Gendler-Rowinski-Anwaltskanzlei. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin mit meinem Team spezialisiert auf anwaltliche Schuldnerberatung. Und in diesem Video geht es um die Kosten eines Schuldenvergleichs. Wie hoch sind die Kosten und wie werden sie überhaupt getragen? Die Kosten eines Schuldenvergleichs bestehen in den allermeisten Fällen nur aus einem einzigen Posten und zwar aus dem Honorar des Anwalts. In manchen Sonderfällen kommen allerdings noch Verfahrenskosten eines Insolvenzverfahrens dazu. Ländlings komme ich auf diesen Punkt später. Der erste Kostenpunkt ist das Honorar des Rechtsanwaltes. Und dabei ist aus meiner Sicht am wichtigsten, dass die Dienstleistung sehr genau definiert ist. Vor allem ist aus meiner Sicht wichtig, dass die Anzahl der Abfragerunden festgelegt wird. Damit stellen sie sicher, dass nach einem vorhersehbaren Zeitraum auch ein tatsächliches Angebot an die Gläubiger folgt. Das ist ja quasi die Quintessenz des Vergleiches. Damit werden die Gläubiger dazu bewegt, sich mit ihrem Angebot auseinanderzusetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt des Honorars ist die Möglichkeit einer Ratenzahlung. Ein Sonderfall sind sogenannte Verfahrenskosten bei einem außergewichtlichen Vergleich. Dieser Sonderfall tritt aber immer wieder ein. Und zwar in den Fällen, in denen der Vergleich eigentlich gescheitert ist, aber eine Kopfensummenmehrheit entstanden ist. In diesem Fall beantragen wir beim Insolvenzgericht die Durchführung eines gerichtlichen Vergleiches. Dazu wird beim Gericht der Antrag gestellt, zur Durchführung eben dieses gerichtlichen Vergleiches. Und zwar im Rahmen des Eröffnungsverfahrens einer Privatinsolvenz. Wir stellen also einen Privatinsolvenzantrag mit diesem Sonderantrag. Und was passiert in diesem Rahmen? Es entstehen Verfahrenskosten. Viele fragen sich, muss ich denn diese Verfahrenskosten bezahlen? Muss ich sie tragen? Die Verfahrenskosten, die werden durch einen sogenannten Stundungsantrag nach hinten verlagert. Wir stellen den Stundungsantrag in fast allen Fällen von gerichtlichen Vergleichen. Und die Verfahrenskosten müssen erst getragen werden, wenn der Vergleich tatsächlich abgeschlossen worden ist. Ist der Vergleich aber zum Beispiel nicht erfolgreich, werden die Verfahrenskosten erst nach dem Ende eines Insolvenzverfahrens fällig. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zum Vergleich auf unserer Webseite bereitgestellt. Und wenn Sie eine persönliche Frage zu einem außerirdischen Schuldenvergleich haben, können Sie uns gerne über unsere kostenfreie Erstberatungsverfahren erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.